Hallo, ich bin Emily und wir sind gerade auf den Schienen in der Lausitz, um Kohleinfrastruktur zu blockieren. Und wir haben jetzt hier unsere Destination erreicht, genauso wie alle anderen Finger der Lausitz-Aktion dieses Jahr. Und genau, hier ist gerade eine super gute Stimmung, es wird gesungen, es wird getanzt. Wir freuen uns sehr, hier zusammen zu sein mit dem bunten Finger und den Anti-Kohlekits. Und es ist großartig, dass wir hier als Teil des grünen Fingers zusammengestoßen sind und jetzt gemeinsam hier die Schienen blockieren, um ein Zeichen zu setzen für Klimagerechtigkeit.